Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Call of Duty 2. Ja, es ist schon ein bisschen her, wo ich gespielt hatte. Ich bin jetzt nicht eingerostet, ich würde hier auch viel fortsetzen. Ja gut, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge schon mal vorgelesen. Ich kann mich noch daran erinnern, Schnee mit 44 Grad. Boah, ich fräte schon, wenn ich das bloß lese. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Ja, ja, was gibt es Neues zu erzählen? Ja, ich lebe noch. Genau, so lagt mal zu hier. Wir kriegen zum Starten. Hahaha, war ja auch nicht schlecht. Okay, ähm... 15.043, 13.40 Uhr, Stalingrad Schnee mit 30 Grad. Lord & Volk hat den Turm angewiesen, eine Pause eins zu legen. Angepanzert war deutscher Konvoi, passiert uns. Doch ohne Panzerabwehrwaffen wäre ein Angriff sinnlos. Vor dem Krieg dauerte es gerade einmal zwei Minuten zu Fuß von hier aus bis zum Rathaus. Und natürlich musste man keine Angst haben, erschossen zu werden. All das hat sich geändert. Das Rathaus, Stalingrad UDSSR. 15.043, 14.20 Uhr. Los jetzt! Los jetzt, was müssen wir denn hier machen? Erreichen Sie das Rathaus. Moment mal, die Mission hatten wir doch schon, oder nicht? Oder? Klar hatten wir die Mission schon. Da bin ich jetzt müde. Hä? Nee, hatten wir nicht. Ach nee, stimmt. Ja, nee, mein Fehler, mein Fehler. Alles klar, gut, gut, gut. Braucht Deckung, wir nach. Gut, wir kommen mit. Vorbeinen, vorbeinen. Ihr habt nichts mehr. Das wird die Kommune knapp. Die deutsche Armee ist diszipliniert. Und wir sagen, wir haben das dann unsere Mitgefühl behandelt. Wenn ihr leben wollt, leise... Die deutsche! Auf der Seite der Flügel! Davor! Vorbeinen, vorbeinen! Gut, schau! Hier gibt's nix. Es ist schon wieder so laut. Was? Neben diesen Fassern, Feuer auf die Torpen, kommt in Ruhe an. Oh! Oh! Ich habe einen, ich habe einen. Er braucht Hilfe, er wurde getroffen. Ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen, ich habe einen. Scheiße! Kamikaze! Doch, na klar, kam nicht jetzt hier ein Panzer? Ey, wie kommen mir die Maps so bekannt vor? Ja. 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 Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir die Mission schon hatten. Ja, ist egal, sonst spielen wir die halt nochmal. Ich habe mir jetzt auch die letzte nicht angeguckt. Ich sehe nichts. Wir lassen, durch die Tür sichern wir das Gebäude. Aha. Wenn wir den Krieg kein Ende bereiten, werde er uns eins bereiten. Ne, die Mission hatten wir doch nicht. Ja. 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 Und der einzige Grund, dass die Deutschen unsere Seite der Gebäude noch nicht im Sturm erobert haben, dürfte derselbe sein. Irgendwo da draußen sind auch unsere Genossen und feuern außer Ferne auf den Feind. Genossen Scharfschützen. Ja. Bewegung! Achso, geht weiter. Hier ein Geschenk von der deutschen Armee. Hilfe, er wurde getroffen. Danke, das kann sie auch behalten. Mann am Boden! Was ist das denn, Alter? Ja, Atomzeichen, oder was soll das sein? Das ist ja echt blöd gelaufen. Ja. Oh. 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 Soll ich da mal mit hinkommen, oder was? Oh. 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 Das wollte ich gar nicht. Aber ist gut. Mal lieber die Waffe. Wo kommst du denn auf einmal hin? Zu unserer Liebkette. Erdgeschoss gesichert. Oberster Stock sicher. Das Gebäude ist sicher, Genossen. Wir müssen uns auf den Gegenangriff vorbereiten. Verteidigungspositionen einnehmen. Das sind vier Angriffsfällen. Ja, aber ich würde gerne vielleicht meine... Der Angriff beginnt. Äh... Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Ja. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Ja. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Ich hoffe. Ich hoffe. Und jetzt mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.